Lotto-Prognose für 8. April 2015 nach dem Eier-Code Out-Code Seltsam-Kenn-Sie-Video, ich möchte heute nochmals eine Lotto-Prognose für den kommenden Mittwoch am 8. April 2015 abgeben. Für den gestrigen Samstag gab's ja auch eine Prognose nach dem Eier-Code, und es gab eine richtige Zahl, was ich als Erfolg deute. Hier nun eine besondere Berechnungsart, nämlich nach den Resultaten der Endspiele der Ballspiel-Weltmeisterschaften im Maiar-Reich. Die Maiar hatten ja bereits vor 5000 Jahren vorausgesagt, dass die spanischen Konquistatoren am Ende des Kalenders, 2012, Weltmeister werden, und tatsächlich, Spanien ist 2010 Weltmeister geworden. Hier die Zahlen für Lotto, die Daten der Endspiele, die Sieger, Könige, und die Resultate, am 9.2 13.00, 488, Weltmeisterkönig Jax Nulun Ailin Il gleich 1 am 9.15 13.00, 744. Weltmeisterkönig Jax Nulun Ailin Il gleich 1 am 10.00, 866. Weltmeisterkönig Jasafkan Kabilil II. gleich 20 am 9.4 13.00 527 W.M. in Tikal, König Kalumte-Balam gleich 3 am 9.17 0.00 771, König Yaksnudun Ayin der 2. gleich 153 also 6 bei den Daten bitte berücksichtigen Bei den Mayas gab es jährlich 18 Monate bei 365 Tagen im Jahr Summe die Lottozahlen Prognose 1 bis 3 bis 6 bis 10 bis 18 bis 20 Gutluck seltsam kennt sie